Heute Abend schon was vor? Du willst auch mal ran, ha? Man geht um neun, also... Bin ich um zehn da. Wo hast du die Hand eigentlich her? Angeblich war es die Hand von jemandem, der mit den Toten reden konnte. Ich hab gehört, es ist die Hand eines Satanisten. Die andere Hand ist da draußen. Abgeschnitten und einbeisammiert, ehrlich. Alles klar, dann mal los. Du weißt, wie es läuft. Sag, talk to me. Talk to me. Hey, lieferdammt, es reicht, er erstickt gleich. 83 Sekunden, Joss, nimm die Hand weg. Hey, was soll der Scheiß? Ach, du Scheiße! Was, wenn wir die Tür geöffnet, aber nicht geschlossen haben? Löt's, löt's, da los! Wir müssen irgendwas tun. Du willst, dass er es nochmal macht? Sie hören nicht auf. Was war es? No! Das ist passiert! Ich weiß es nicht! No! Fuck me! No! No! Ah! Oh mein Gott! No, 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 no! Ah!